Ja, ich bin Peter Steinbacher aus Wien und Peter Steinbacher von Wiener. Ich bin da involviert mit Glenn, die Gemeinde zu gründen, aufzubauen. Ich arbeite mit Glenn, um die Kirche zu planten. Und meine Frage ist, zwei Sachen, die du gesagt hast. Ich habe zwei Punkte, die ich möchte, um etwas zu fragen. Ja, erstens, dass Satan Wind bekommen hat, was Gott vorhat und versucht, Verwirrung zu stiften. So, first of all, you said that the enemy got wind of what is happening and now he's attentive about it. Mixing it up. Ja, and he's trying to mix it up, ja? Mix it up. Twist it. Twist it. Und das zweite, dass wir wieder biblische Sprache verwenden sollten. Und das zweite ist, dass wir den biblischen Sprache benutzen sollten. Also, ich sehe im Leib Christi zwei Extreme. Die einen sagen, es gibt weder Apostel noch Propheten, weil wir haben die Bibel. Und das andere Extreme ist, dass eben, sie sagen, ich bin der Apostel, ich bin der Prophet und sie haben sich selbst ernannt. Und die anderen Extreme sind die selbst ernannten Apostel und Propheten. Genau, bei denen, die sagen, es gibt es nicht mehr, da bin ich halt geneigt, überzugehen, andere Worte zu verwenden. So, with those who deny the offices of the Apostel and the Prophet, I tend to use different wordings. Ja, missionary or... Missionary or... Pioneer. Pioneers. And at the other extreme, I have the experience, it's, you know, there are people coming, they say I'm the Prophet. And with the other extreme, my personal experience is that people are coming and they say... Ja, Entschuldigung. Also, das andere Extreme, das andere Extreme ist, da kommen Menschen, die sagen, sie sind Propheten oder Apostel und ziehen Leute ab und machen so ihr Ding mit ihnen. Und bestätigen natürlich dann auch die, die auf dem anderen Extrem stehen und sagen, das gibt es nicht mehr und jeder, der sich so bezeichnet. Und by doing that, they thus confirm what the other extreme actually says, that there is no such thing anymore, as Propheten und Apostel. Aber andererseits sehe ich auch in der Offenbarung, wo Jesus zu der Gemeinde sagt... But then again I see in Revelation, where Jesus tells the Church... The Church, Ephesus... Du hast den Bösen nicht ertragen, du hast die geprüft, die Lügner sind und dich als Apostel ausgegeben haben und doch nicht sind. So, they said they are Apostels, but they are not. And Jesus said, wow, you checked them and you did it well. So, wie... Also, diese Frage ist vielleicht nicht so klar, aber konkret, aber diese ganze... Aber diese ganze Verwirrung, die da drinnen steckt... But all this confusion that is in this whole topic... Yeah, zum Beispiel, es ist ein sehr offenes Netzwerk. It's a very open network, for example. Und inwiefern muss man auch fähig sein zu sagen, der sagt, er ist ein Prophet, aber wir haben erkannt, was er macht, ist nicht gesund. Es muss auch beurteilt werden und auf der anderen Seite sagt man, es soll niemanden... But how do we deal with a sort of affirming whether somebody really is in the office of a prophet or not. Or is an Apostel. Or is an Apostel or not and this is really from God or not. Und dieses Prüfen über Gemeinde hinweg. So, the testing of this, like, over-denominationally, how do we deal with that? Ohne, ohne dass man jetzt schlecht Menschen schlecht nachredet. Without talking badly, without being judgmental about people. Yeah, das... Okay, thank you. That's a very important and timely question to get forward in this role. Also, eine sehr wichtige Frage, wie man da vorangehen kann in dieser Frage. First of all, because we have not yet really received each other in the offices. Also, zuallererst muss man sagen, dass wir uns natürlich noch gar nicht wirklich gegenseitig angenommen haben in diesen Ämtern. That has created a situation where Apostles are working not in connection with congregations. Und das hat zu einer Situation geführt, wo Apostel eben nicht im Verbund mit den Gemeinden und den Kirchen arbeiten, sondern außerhalb dieser und dasselbe trifft für die Propheten zu. Also, wir hatten Netzwerke von Aposteln, Netzwerke von Propheten, Netzwerke von Aposteln und Propheten. Prophet, schools of prophets, schools of apostles. Prophetische Schulen, apostolische Schulen. Apostolische, prophetische Konferenzen. Apostolische, prophetische Konferenzen. Und das hat vielleicht dazu beigetragen, dass sie so getrennt von den Gemeinden und den Kirchen sind. Also, es gibt schon ein paar nachvollziehbare Gründe, warum die Situation ist, wie sie ist. Also, wir sollten nicht zu übereilt urteilen. Und dasselbe gilt natürlich für die Reife von jemandem in dem Amt des Apostels oder des Propheten. Es kann schon Reifes benehmen oder Verhalten von ihrer Seite gegeben haben. Unreifes. Unreifes, ja, Unreifes sozusagen. Aber das heißt nicht, dass sie nicht vom Herrn gesandt sind. Aber sie sind einfach in dieser Entwicklung rauszufinden, wie man das macht. Weil es einfach bisher noch nicht dieses gemeinsame Lernen gab, diesen Lernprozess, wie man das richtig angeht. Die Apostel und die Propheten haben einfach sehr viel alleine gearbeitet. Und sie haben vielleicht auch keine Rückmeldungen bekommen über das, was sie tun. Also Feedback. Und dann sind sie vielleicht ein bisschen zu frei oder zu weit geworden. Aber dann gibt es natürlich schon auch einfach falsche Aposteln und Propheten. Und ich glaube, dass wenn wir Gott darum bitten, dann wird der Heilige Geist uns führen und uns zeigen, wohin wir gehen. Und vielleicht ist es gut, wenn wir uns erst ein bisschen kennenlernen, bevor wir anfangen zu kooperieren. Und vielleicht auch andersrum, dass die Apostel und die Propheten die Gemeinden kennenlernen. Aber ein Test ist natürlich schon, weil ein Test über, ob die wirklich richtig oder falsch sind, ist natürlich, ob sie wirklich das Beste für die Kirche oder die Gemeinde wollen. Aber wir sollen auch wieder nicht zu sehr darauf hören, was andere Leute über sie sagen. Weil der Teufel ein Lügner ist. Und er wird wahrscheinlich nicht so sehr die falschen Apostel und Propheten angreifen und schlecht über sie reden. Aber er wird natürlich alles versuchen, dass ganz, ganz, ganz schlecht geredet wird, über die, die echt sind. Also nur eine Frage, um das zu klären. Findet ihr, dass der Apostel, Prophet und so weiter, dass das ein natürlicher Teil der Ortskirche sein sollte? Ja, genau. Sollen die zu dieser Gemeinde gehören? So, bevor wir auf Glens Frage eingehen. Peter hat ungefähr 20 Fragen in einer Frage gestellt. Peter hat ungefähr 20 Fragen in einer Frage gestellt. Und wir haben nur fünf Minuten. Vielleicht nehmen wir Glens Frage nach dem Mittagessen. Vielleicht nehmen wir Glens Frage nach dem Mittagessen. Es ist eine große Frage. Glenn likes to shoot loaded questions. Es war eine sehr kritische Frage, eine sehr wichtige Frage unter den vielen Fragen von Peter. Und das ist diese Sache, ja, also die Propheten und die Apostel, die waren eben in der Apostelgeschichte, werden die erwähnt? Und wenn jemand denkt, dass sie ein Apostel oder Prophet sind, oder sagt, dass sie so und so ist, dass sie ein Apostel oder ein Prophet sind, dann denken sie, das ist falsch. Und wenn heute also jemand kommt und sagt, das ist ein Apostel und das ist ein Prophet und so weiter, dann sind sie verwirrt, weil das einfach nicht mehr relevant ist. Also ich würde eine Frage stellen dazu. Also ich würde als Gegenfrage stellen, habt ihr jemals eine gefälschte 77 Euro Banknote gesehen? Anybody saw that? A counterfeit 77 Euro Bill or 77 Dollar Bill. Hat das schon mal jemand gesehen, eine 77 Euro Banknote? Eine gefälschte? No. I had some in my focus. I got a million dollar. Wow. Note. But, I mean, so why isn't there a counterfeit 77 Dollar or Euro? Warum gibt es keine gefälschte 77 Euro Banknote? The original doesn't exist. There is no original 77 Dollar Bill. Es gibt kein Original dazu. Es gibt kein Original 77 Euro Banknote. We all know that the enemy is a counterfeiter. Und wir wissen alle, dass der Feind ein Fälscher ist. He is not a creator. He is like a photocopy machine. Er ist kein, er schafft nicht, sondern er kopiert nur. So, there is all these self-proclaimed, maybe even false. Some of them are just immature, but some of them, like right out false, say prophets and apostles. Also, es gibt alle möglichen selbsternannten unreifen und auch falschen Propheten und Apostel. So, why would the enemy go to such an extreme effort to counterfeit something that is not real? Also, die interessante Frage ist, warum würde der Feind sich die Mühe antun, etwas zu fälschen, was kein Original hat? We all know, the enemy is cunning. The enemy is not stupid. Also, und wir wissen alle, der Feind ist sehr schlau, der ist nicht doof. So, the enemy counterfeits only that which is real. Also, der Feind fälscht nur das, was echt ist. To cause confusion, to discredit. Um Verwirrung zu stiften, um Leute zu diskreditieren. Also, ohne jetzt eine erschöpfende Beweisführung anzustellen, darüber, dass die Bibel sagt, dass es bis heute Apostel und Propheten gibt. Just a simple, you know, analogy to realize that, hey, you know, this is real. Es ist einfach eine kleine Analogie dazu, um zu sagen, hey, das ist schon echt. Now, the second thing I think, you know, Peavy, she mentioned. Und die zweite Sache, die Peavy erwähnt hat. You hear so and so is a prophet. Ihr hört, man hört, dass der und der ein Prophet ist. So, for example, let's just take Rick Joyner. Also, nehmen, sagen wir Rick Joyner zum Beispiel. Some of you may know the name as a prophet. Manche von euch haben den Namen vielleicht schon mal gehört. Er hat prophetische Bücher geschrieben. If you go on Google and Google Rick Joyner. Also, wenn du Rick Joyner in Google eingibst. Also, die ersten zehn Seiten, die er findet, sind Seiten, die für den ausschließlichen Zweck gemacht worden sind, um zu zeigen, Rick Joyner ist ein falscher Prophet. Persönlich finde ich es recht faszinierend, dass Leute so wahnsinnig viel Energie und Zeit haben, um sowas zu machen. Und es ist wirklich irre, weil sie wirklich jede einzelne, also alles, was der sagt, analysieren die durch und schreiben dann Dissertationen darüber, warum das falsch ist. Also, ganz ehrlich, bei mir ist es so, wenn ich von jemandem höre, dann lerne ich die halt einfach kennen. Ich lerne die kennen. Und es geht einfach nur darum, die kennenzulernen, ihr Herz kennenzulernen. Weil, was einfach so ist, ist, dass der Heilige Geist in dir wird dich bitten, wird bezeugen, zu Jesus und zu dir selber, was das für jemand ist. Und wenn du den Typ nicht kennst und er lebt vielleicht auf einem anderen Kontinent, wie Australien oder was auch immer. Vielleicht kennt dann dein Freund, einen Freund von dir, dem du vertraust. Und du fragst ihn, ist er echt, kann man dem vertrauen? Oder lies ein Buch, was ihm geschrieben wird. Also, wenn du ein Buch liest von so jemandem, dann wird der Heilige Geist dir bezeugen. Und du musst auch nicht mit jedem einzelnen Wort, was die sagen, einverstanden sein. Ja, iss das Fleisch und schmeiß den Knochen weg. Also, wir sehen alle nicht 100% durch das Glas, wir haben alle leichte Sehschwächen. Aber es ist schon interessant, dass der Feind sich so viel Mühe gibt, zu diskreditieren, das Apostolische und das Prophetische. Für das allein das uns eigentlich... Also, um eine Schriftstelle noch zu beleuchten in dem Kontext. Also, erinnert euch an die Geschichte, wo der Herr seinen Jüngern die Hand auflegt und sagt, so, und jetzt geht und verkündet das Evangelium in den Dörfern. Das ist ein geschichtlicher Moment in der Entwicklung von Gottes Königreich. Also, sie sind gegangen und haben das Königreich gepredigt und sind wieder zurück zu Jesus gekommen. Und sie waren, sie waren high. Sie waren total... Sie waren super aufgeregt und emotioniert und enthusiastisch. Sie werden geheilt, die Dämonen werden geheilt, die Kranken werden geheilt, die Dämonen fliehen, wenn wir kommen und die Leprakranken werden rein und so weiter. Sie waren wahnsinnig aufgeregt. Und wisst ihr noch, was Jesus ihnen dann gesagt hat? Er hat gesagt, hey, oh yes, I saw Satan. Und wisst ihr noch, was Jesus' Antwort war? Er hat gesagt, ja, ich habe Satan gesehen. Wie er runterkam wie ein Blitz aus dem Himmel. Und ich habe mir immer gedacht, was für eine Antwort von Jesus. Aber wisst ihr, was da passiert ist? Man muss einfach verstehen, dass das Apostolische ist provokant, weil es nimmt Territorium vom Feind weg. Aber für eine Generation ist Satan, er ist komfortabel, er hat seine Territorium sicher, niemand hat ihn beurteilt. Und was war bis dahin? Also, der Feind hat sein Territorium gehabt und kein Mensch hat ihn genervt. Aber wenn das Apostolische ist, wenn das Apostolische freigesetzt wird, danke, und Territorium vom Königreich, also vom Bösen in das Königreich des Lichts zurückgenommen wird, dann rastet der Teufel aus und er ist wie ein Blitz und bumm und sagt, was ist denn hier los? Er hat diese Art von Macht seit Generationen nicht gesehen, die sein Reich kaputt macht. Jetzt versteht ihr vielleicht besser, warum er sich so viel Mühe gibt, das Apostolische und das Prophetische zu diskreditieren und Verwirrung zu stiften. Es ist so ein bisschen so, als wäre Satan auf seinem Thron gesessen und er kommt von hinten und tritt ordentlich gegen den Thron. Und er ist aufgesprungen und gesagt, was ist da los? Und runtergefahren. Und das ist wirklich das, was Gott machen will, dass seine Leute nicht zu stoppen sind. Und der Feind hat die Hose voll und zittert. Und das ist die Macht des fünffältigen Dienstes, besonders wenn diese Dienste zusammengehen. Und das ist der Grund, aus dem wir alle uns so danach sehnen, dass das passiert. Ich glaube, ein paar von uns sind auch auf andere Weise hungrig.